Ja, wir sind es nochmal. Wir wollten euch jetzt einfach eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen. Schöne Feiertage, schöne Geschenke, gutes Essen. Das ist quasi alles, was wir euch wünschen. Ich wünsche mir von euch, dass ihr meinen Channel abonniert und alle Folgen nachholt, die wir schon so online haben. Genau, macht ihm das Geschenk. Guckt den süßen Typen an. Oh Gott. Ja, und in diesem Sinne wünschen wir euch wunderschöne Weihnachten. Genau, schöne Weihnachten.